hallo hier bin ich wieder bei der generation zero ja ich bin von meinem letzten unterflug wo ich war die paar meter jetzt hier gelaufen das war jetzt echt nicht weit wenn wir hier mal auf die karte gucken ich bin jetzt halt eben hier und der unterflug war da oder ist halt da und bin dann hier darüber gegangen ohne irgendjemanden zu begegnen und ja dann habe ich auf der karte gesehen den ochsen b564 und ja habe mir gedacht habe ich mal kurz hierüber so dass er den beobachte ich hier mit meinen fanglas und sehe dass das hier ein anderer ist da hat schon 38 prozent oder nur der muss schon irgendwie getroffen worden sein von irgendwas ich war es nicht ja und hier irgendwo laufen noch die anderen herum macht das der eine achte das auch sehr siehst du schon fast zum panzer oder lauf noch einer der beserker der küste ok warte mal der hat auch noch 36 ok 2 die auf 36 sind und hier die klein der hat noch 100 prozent gut da hätten auch da noch eine da läuft da kommt die ganze armee an wie eine affenbande die auf den weg zum wasser ist oder so gott 1 2 3 4 5 der kleine 6 6 kleine und 2 große oder vielleicht sogar auch 7 mit denen hier könnten auch hier 7 sein ok 3 kleine da 4 5 6 8 ok es wird immer mehr ich dachte ich kann aber eben kurz überlaufen die zwei dicken machen ja ok wieso komme ich nicht weiter das ist eine kleine ritze immer stecke ich in der ritze fesse das ist doch meine fresse wenn man diese ritzen hier wir sind mal kurz dran schnuppeln oder wart ihr dich dran reiben und dann steckst du auch von drinnen also fest meine ich ja ich weiß nicht habe ich den mit meiner raketenwerfer hier treffen kann ich kann da mal versuchen ein fuß oder muss jetzt mal abhauen weil ich hier draußen mit keine ahnung zehn kleinen gegner oder was das ist ja ist ja schon wie bei dem lied hier oder so ähnlich zehn kleine mafine wollten dich mal kriegen einer ist in luft geflogen und alle wollten mit fliegen oder so ähnlich die laufen da hinten gut ich versuche mal den hier zu treffen weil wenn ich hier durchgucke muss ich den eigentlich treffen können aber mal sehen und 3 2 1 2 1 so okay ich habe die treue der trophäe bekommen nicht heute fnix oder so ähnlich gut ich glaube jetzt erstmal weg weil die anderen dürften jetzt so sagen in mir hinterher kommen ich habe den ochsen getroffen was für ein ochse okay fern glas raus beruf achten im moment gut die sind da die sind der hat 100 prozent alles klar na da fange ich ja ganz gut an ich treffe ein und schon kriege die trophäe wieder ich habe für mich erst mal eine kleine pause gemacht ich glaube so vier wochen irgendwie und ja als erstes kriegen wir mal eine schöne bildung ja das ist doch mal was okay ja gut okay das so schön von hinten da könnte ich vielleicht von hinten doch schon rein aber auch aus der entfernung ja das ist jetzt wo sei denn von lauter grün und so weiter der eine der eine der ist da ich könnte glaube ich sein tank treffen wenn der so stehen bleibe ich meine tank ist hinten der ist normalerweise oben hinter dem runden dinks bums ja das müsste der tank sein glaube ich ähm nein nicht mit der pistole aber ich bin glaube ich auch ein bisschen zu weit weg ich sehe den kaum hier ich versuche mal ein bisschen dichter ranzugehen das ist doch ein bisschen schwer zu sehen hier der hat fast so die gleiche farbe wie rasen und die bäume und so weiter ja von hier aus wo ich jetzt bin sehe ich den eigentlich überhaupt nicht ich weiß der sagt würden die bäume durch aber wenn ich ihn so klein bisschen sehen könnte wo bist du jetzt da ich kann es ja mal versuchen also keine ahnung ich denke ich da irgendwo treffe ich verschwinde erst mal ich habe nicht getroffen aber ich habe sie immerhin damit angelockt ich verstecke mir hier bei den bei der ruine wenn ich das kann und vorne nein von hinten von hinten blondini und von vorne ruine oder wie war das noch so seid ihr auf jeden Fall kommt da im moment keiner hinterher gelaufen ist aussieht ja der sucht mich da wo ist der mensch ja der macht ja gas 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 nicht gut der will mich hier vergasen hola die warte kam von da hinten der eine hätte ich da auf aber man dann dann weiter keine gut gucken ja 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 okay der ist da irgendwo oh man der ist ja ganz gemein ich habe den raketenwerfer hier einmal nachladen und mein granatwerfer kommen wir so schwer hoch beim Teil das dein die 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 ja ich ja gut ich glaube hier kommt nicht so leicht durch aber was hat er denn da jetzt so ein gewehr ausgepackt ich habe ihn doch genau drauf gehabt okay ich bin ja nah dran also fange ich da beim haus wieder an so es gibt irgendwie die neue nachricht die ich irgendwo aufheben soll aber wir weiß noch nicht wo okay so dann muss ich jetzt glaube ich hier wieder lang genau dann so in diese richtung müsste da etwas sein so genau ja da ich noch mal gedacht so nach langer zeit wo ich mal eine kleine pause gegönnt habe spiele ich das mal wieder weil es gab ja wieder so neues update und so irgendwie keine ahnung was neue gegner wie ich gelesen habe und so war ob ich mal gespannt schön den berg hier hoch ja diese folge hier nehme ich jetzt gerade auf heute am 22 dezember also zwei tage vor heilig abend lustig so jetzt bin ich wieder hier bei der ruine so jetzt bin ich wieder hier bei der ruine oha der ist von für was ach nee das ist so und scharf geht leider nicht ok munition haben alle mitnehmen aber der brief geht nicht mit merkwürdig na gut vielleicht soll er ja auch gar nicht mit hat einer da eben mal wache gehalten hat er noch einen brief geschrieben und eine geliebte oder was liebe margarete oder wie auch immer ich kann dich leider nie wiedersehen die maschinen die halten mich hier fest die haben alle ein längeres rohe als ich äh was ok wo bist du du maschine vielleicht kriegte ich ja jetzt platt die ganzen blätter hier fallen vom himmel oder von den bäumen besser gesagt es wird herbst ja wenn auch ganz nah hier ich bin hier auf der enterprise oder was oder reden die bäume mit mir ich glaube der hat sich hier irgendwo in der felden versteckt oder so hier ist es richtig laut oder der ist unsichtbar ja ne schön wie auch immer da habe ich noch einen dicken genau hat er noch 38 oder was er hat er hat noch 38 ok da mache ich mich mal klein damit er mich noch nicht sehen kann hier dann hole ich hier mal mein dickes rohr raus naja mein granatwerfer naja der hätte ich da hinten auf den anderen habe ich da der liegt da moment noch mal gucken jo da kann ich gleich noch was einsammeln ach das wieder sowas so mal gucken heute bewegt sich ja das ist dann nicht so schön jetzt ist er hinter die tandenbäume da oder wat vielleicht könnte man sich da hinten verstecken vielleicht könnte man sich da hinten verstecken wenn ich den hier so ein bisschen anlocke keine ahnung keine ahnung na 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 wo wie dreht der sich denn da hier ist er von vorne zu sehen der hat so ganz dicke große rote kabel ey ich glaube so einen habe ich auch noch nie gesehen Du bist ruhig da hinten. Ok, er kommt. Moment. Ein Außenposten. Ok, wer würde jetzt eine Rakete abhaben, hier, eine Granade. Ok. Manchmal denke ich da, der muss treffen und dann irgendwie trifft der doch nicht. Die alte Rakete, die Granade. 100. Jo. Ok, hier kann man rein, das ist gut. Oh. Das ist ja und wir können die hier drüber feuern und dann auch noch treffen. Hä? Wie machen die das denn? Hm. Hallo? Wo ist hier noch einer von den dicken? Da läuft einer. Oh. Oh. Ja genau, das Viereck war genau auf den drauf. Wie kann ich da drüber fließen, ey? Ey, das ist doch beknackt, dass der Schuss daneben geht. Oh Gott. Oh, wo ich genau drauf gezählt habe. Oh Gott. Okay, der hat gedrucken, glaube er. Ähm, nein, die will ich gar nicht haben. Ich hole mal einen Fanglas haben, aber jetzt ist er wieder weggelaufen. Zwei Prozent hat er noch. Okay, der eine sucht da. Äh, ich glaube, der ist sauer. Immer diese Dinger hier. Oder das waren doch die kleinen Spinnen. Aber die kommen ja irgendwie nicht so durch. Komm doch nochmal her. Damit ich dich hier schön treffen kann. Ei, 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 ei. Hm. Die laufen hier draußen rum. Und man hört es immer wieder. Hallo. Okay. Nee, das ist auch keiner. Huah, da, da. Komm her, komm. Komm her, komm. Okay, der eine ist weg. Ist noch einer da? Lass mal hier gucken. Okay. Ah ja. Oh. Das war wieder so'n... Gas oder sowas in der Richtung. Mal gucken, was habe ich denn hier? Ach, nur einmal Muni. Okay. Oh, da lebt er noch. Oder so'n ich. Äh, lass mich hier rüber. Okay. Der liegt noch. Der ist noch. Der ist noch. Moment. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo was zu futtern habe. Huch. Ähm. Inventar. Moment. Inventar. Nein. Ach, da sind die Dinger hier nicht. Moment. Ähm. So viel Muni. So viel Muni. Warte mal. Hier sind die anderen Dinger. Genau. Standard ist der Hilfe. Habe ich ein. Äh. Ich benutze erstmal den ein hier. Mhm. Gut. Ich war ja lange nicht hier sozusagen und habe lange nichts gefordert. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen hier. Wo ich was drücke. Ja, der ist noch da. Jawoll. Der ist weg. Kampf gewonnen. 577. Okay. Was haben wir denn hier? Pistolen Munition. Gut. Und. Stahl brauche ich nicht, aber das kann ich gut machen. die brauche. Mit Stahl kann ich hier keine Maschinen töten. Okay. Die andere Maschine. Die war jetzt noch weiter hinten. Ne. Muss ich da noch mal hinlaufen. So. Die habe ich ja gerade untersucht. Oha. Ob ich die andere noch finden kann. Ne. Ne. den großen. Wo war das denn jetzt? Warte mal. Muss ich die Richtung gehen oder? Ähm. Ich bin einmal von hierhin gekommen. Den mache ich mal wieder weg den Punkt. Einer muss hier hinten noch. Ich glaube ich etwas hinter mir liegen oder so. Aber da ist noch was. Da läuft noch einer. Äh. Äh. Ist das immer noch der mit den 38? Oh. Der hat 100%. Huch. Ja. Ha. Okay. Den muss ein bisschen anlocken hier. So. Jetzt ist er böse geworden. Und ich glaube er kommt ein hinterher. Wo ist er? Da ist er. Alles klar. Und er. Hier ist noch die Gase. Ach Gott. Äh. Wo ich bin. da gerade versteckt habe. Äh. Äh. Ich muss noch mal gucken. Wo ich was zu futtern habe. Inventar. Halala. Da. Infrarot. Nein. Warte mal. War das hier bei dem Rad? Da habe ich noch eine Grenade. Hm. Radio. Ich kann mal ein Radio da hinlegen. Und hier sind nur die ganzen Waffen. mal. Ich habe immer mit nichts mehr zu futtern. Okay. Aber ich habe glaube ich noch einiges in der Kiste. Und so. Gut. Hier mal viel. Dann hört man hier schöne Musik. Wie so bin ich aus dem Kampf geflohen. So. Bam 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 bam. Ja da. Oha. Da ist noch einer. Warte. Bleib. Nein. Bleib doch stehen. Äh. Hat er seinen Freund gesehen. Und dann. Ja. Der hat sich im Staub aufgelöst. Oder so. Das ist auch von dem gar nichts übrig. Hm. Äh. Oh. Der berührt mich. Die Kati von hinten. Sowas. Die pennt hier genau neben mir auf dem Bett. Äh. Hi. Oh. Der war überweg. Wie kann der überweg gehen. Ja. da. Der war genau. Ja. So. Ich hab nicht getroffen. Okay. Der liegt da. Dann kann ich den ja gleich einsammeln. Also manchmal vom Aufsehen hier trifft zu den und dann hast ihn doch nicht getroffen. vor. Äh. Ich glaub nochmal dahin. Ich versuch nochmal da noch was einzusammeln. Boah. Ahja. okay wieder mal so ein paar punkte gemacht für kleinere waffen was eingesammelt ich komme hier hoch eigentlich ganz gut ja das war hier noch ein bisschen hoch wenn man jetzt auf die ausdauer guckt den kleinen strich der der geht meiner mag nach einfach viel zu schnell weg ich glaube nur fünf meter oder was und dann ist der strich schon wieder weg die ausdauer unglaublich und 123 und weg blablabla ja 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 dieser komische ton hier so da ist dieses ding da gucke ich noch mal da wird ja ein gerade abgeballert gucken ist ja noch hier irgendwo hier blinkt nix aber da um gut klar wenn nämlich nicht so mit einem blauen lichter ok da ist keiner mehr na schön dann eben nicht was haben wir denn hier fiskäse bäckerei wie heißt das da und so ja gut der andere ist da 8 und immer der 38er noch na gut da sind die anderen wahnsinn 1234 sichter aber der ist so groß hier muss ich euch jetzt einfach mal ein bisschen treffen können hier k ähm aua was haben die denn da die baller mit starren oder wer oder sowas um um nie oder kommt der eine einer kommt nein was ja ja okay ich habe irgendwie nicht viel abgeschossen aber egal munition alles mit diese klein wieder okay erstmal weglaufen schade wollte mal versuchen kann es noch mal hoch gehen ja danke so also munition den einen hatte ich genau ja aber der leute haben wir auch wieder auf okay gut gut dann würde ich sagen warte das ist einmal vor heute über diese folge dann habe ich ganz schön viel rum geballert ja gut ich werde das so machen dass ich dann wieder im haus anfangen werde also dass ich wieder volle punkte bekomme und dann mache ich das nächste mal hier irgendwo weiter ich müsste da jetzt noch den einen einsammeln aber ja ich glaube da komme ich jetzt noch nicht hin weil da noch einige maschinen rumlaufen und vor allem der dicke hier alter ja ja 18 prozent hat er noch ok lass es mal versuchen komm 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 wir versuchen jetzt gut hauptsache aber ich muss mal hier ich mache da hier doch noch mal ein zeichen oder geht es nicht nein es geht damit nicht aber ich weiß ja wo ich denn da hin muss gut so da mache ich da noch mal ein zeichen hin auf der corne moment so hier unten irgendwo in dem bereich und dann gucke ich halt nächstes mal nochmal nach also dann macht es erstmal gut manchmal schon Tag oder vielleicht auch schöner Weihnachten wer weiß und dann bis zur nächsten Folge machs gut Bye Bye k k k k k k k Playstation